So, ich habe diesmal wieder ein Fakt für Sparta für Alex und da, wenn man ins Inventar geht, sieht man ja hier normal, der Regen bewegt sich, Schafe bewegen sich auch, aber wenn ich jetzt hier pausiere, der Regen bleibt stehen, Schafe beim Aufstehen, dann sage ich mal Plan öffnen, mache ich das mal hier, Plan wird starten und wenn ich jetzt mache, auf Pause dann, man kann pausieren, aber es regnet und das Spiel läuft weiter, auch wenn man im Spielmenü ist. Dann hoffen wir, dazu hat es euch gefallen, dann zeigt es mir, ich kann auch, ja, 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 ja.